Ich trinke jetzt nur noch Hefeweißen Bier, weil Hefeweißen kann ich viel mehr davon saufen, ohne frei zu werden, als von Pilsenbier. Von Pilsbier werde ich viel schneller besoffen, als von Hefeweißen. Hefeweißen ist auch nicht so nett, aber... Jetzt die Fahrgerecht muss man dran langen, ne? Ja, such du den Weg nicht. Ich mach mir gerade noch eine Zigarette. Geile Mucke, Alter. Steck mal aus. Mehr geht einfach nicht. Aha. Das ist doch schön viel angenehmer. Wir müssen viel mehr zusammenbauen. Ja, das stimmt. Na, komm ich denn nicht durch, oder was? Wie hast du sagen, dass der Ruder kommt doch durch? Ne. Ich guck kurz mal Map. Ja, okay, wir könnten ganz rechts rumfahren oder unterhalb. Das wird Zeit. Oh, Level 8 können da reichen. Geil. Kann ich mal... gleich noch kaufen. Alter, das schafft was. Ich töte 5.000 von den drei. Noch mal 5.000 KB. Au. Ganz ruhig, Mann. Warte. Warte. Steig drauf, oder? Ja. Jetzt, wo wir die Mann auch weitermachen können. Hä? Äh. Hä? Ah, jetzt. So ein schöner Shopper hier. Ein Teil brauchen wir für die Afrikaner, Alter. Den hauen die wieder an nach Afrika, Alter. Lass diese gegen den Migrationspakt, Alter. Wir machen das genau so, Alter. Hätten wir es 2015 auch schon machen sollen zum Teil. Das ist ein leichter. Der kann der Götze drüberfahren, Alter. Oh, ho ho hoch. Ist das auch so? Also, fang eine Ruhe dran. Liebsten hätte ich erst noch mal so ein Psycho oder so einen Platz zu machen, wenn die Schocken wegkriegen. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen laufen. Ja, diese gebauten Waffen halten auch super lange. So, erst mal ein Saufen hier. Die Knutzen-Saufen, Alter. Aber es sind nämlich auch noch einen. Ich habe schon mal einen Synth gefahren. Ich gehe jetzt mal an Rockgörf den Russen. Wie ein Hubschrauber hier berührt, Alter. Oh, ist kaputt gegangen. Du eigentlich, ja, da bist du. Mal glatzen, wo müssen wir denn hier rein? Ach, die steht hier oben drauf. Okay. Das ist alles verbargigert. Okay. Kleines Gemälde. Die ist über uns, ne? Hier geht's hoch. Hier hinter. Hier ist sie. Jetzt habe ich erst mal ein Gernji reingehauen hier. Nächstes Jahr habe ich mein Auto ab, wir können mir die besuchen und dann bringe ich hier als Gärtner einen zusammengebrauten Accent mit. Mit Bermut. Der wird richtig gefeiert und Party gemacht, lecker. Oh, so war schicke Kauberstiefel. So war die auch mal. Du mit deiner Lanze wieder noch. Jetzt war dreimal deiner Miet dabei, Alter. So, wo müssen wir jetzt hin? Ach, wir kommen mit, was? Okay, die gleiche Strecke wieder zurück. Echt? Ja, wir müssen wieder da rüber, wo das Fitnessstudio war. Die kommt mit uns mit, ne? So, ich gebe hier erstmal noch ein Kantholz. Was checkt, tut mir jetzt hier hoch? Ah, ich habe sie auch mit Waffe. Wenn sie nicht stirbt, ich darf nicht sterben. Was probierst du? Tja, habe ich mit irgendwas? Also die Handel brauche ich nicht. Die können wir mal wegschmeißen. Mal was zampeln kann die da, aber das geht nicht. Was kann der denn einstecken, Alter? Das geht nicht down, ey. Gibt's doch nicht. Verbräuchst du nicht? Stirben endlich, Alter. Ein Fahrzeug. Oh, 300 pp, aber das hat er so hingekommen, bis der Tod war. So, jetzt machen wir's mit dem Fahren. Ja. Oh, die steht ja direkt hier. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass du vor meiner Mutter auch woher rumstehst. Wenn sie drin ist, kann ich glaube ich nicht einsteigen. In den Kofferraum? Nee, geht nicht, da ist sie eingestiegen. Oh, shit, kommen wir noch mal, Alter. Wie kommen wir euch hinterher? Was ist die Psychone? Das geht nicht, das blinkt nicht. Keine Freifahrten. Missed. Missed. aber das ist ein geiles game die wegfindung ist ein bisschen blöd, aber sonst ist das nicht cool da ist der vierte teil nicht, aber der vierte teil hat einen multiplayer, aber leider nicht hoch da gibt es auch schon so für 10€ wo bist du denn jetzt sag mal? auf der autobahn und jetzt Motorrad aufsteigen das Tausch, ich krieg in meinen Roller ein da oben müssen wir hin, ok schon ein bisschen links du bist schon weit weg von mir ich darf immer weiter zu dir, aber das Tausch gibt ihn weit weg noch 100 Meter oh alle geblieben das ist feindlich gut oh nein nein oh mein Gott Mann ist die Walze langsam beende das Leid der Familie bin gleich bei dir den einen kann ich anscheinlich töten wenn ich das nicht bedenken auf den wache mit mit bei 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 Ich bin bald, ja? vielleicht kannst du ja ja kann sein dass man da eine schusswaffe braucht oder was weil den typ da kannst du einschlagen werden interessiert ist ja was hier noch ist wir haben hier auf dem weg aber auch nicht viel wo ist der typ denn hier ist noch ein baubplan wo ist der baubplan über uns hier ist auch ein baubplan den hole ich jetzt erstmal dann hast du den auch autobombe brauchen wir hier ein gesteuertes auto ich dränge nur ungern aber wir müssen los du ja noch lesen für auch hier ja voll 25.000 pp fast ein level aber schade noch nicht ganz war ich ein erfolgreich ist jetzt gespeichert wollen wir das let's play beenden mhm wir können auch noch ein bisschen öffnen ok aber wir spielen ja alles 25 jetzt ja also von diesen hefeweizen ich hab ich bin mal umgestiegen auf pilz aber ich gehe jetzt wieder auf hilfeweizen kann sich mehr doppelt so viel von saufen und besser ich muss ja nicht an meine älter weg tun wir noch an aber wir hätten mal liebe freunde haben wir den noch zu so 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 Das ist so 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 treiben sich hier Leute um die Uhrzeit durch die wollen immer lauschen was ich hier mache aber wir trauen sich nicht hier zu klingeln War noch nicht eine Frau hier an meiner Tür! Schön ficken oder so? Nee, gar nichts. Schade. Schade, ja. Wunder mich. Wunder mich auch immer. Was ist denn hier oben los? Pyjama-Party oder was? Pyjama-Party, genau. Ich vermisse dich auch so. Geiles Cowgirl. Das sind hier eine Banane? Nee, Maiskolben. Allein schon in Deutschland haben sie Platz für 200 Millionen Menschen, ja klar. Sie können sich im Wald irgendwo hier eine Hütte bauen, Alter. Die haben noch nicht mal für 2 Millionen Menschen eine Wohnung gebaut, ja. Sie müssen eine Großstadt bauen, so wie Hamburg. Das sind 2 Millionen. Ach, wir haben nicht Platz für 2 Millionen, wir haben Platz für 200 Millionen. Ja, guck mal hier oben, da sind noch ein Haufen Zeug, das kannst du alles anziehen. Sommerkleid. Ja. Das ist die U. So. So. Ach, der denn hier. Oh, hier gibt's Shampoo. Wasserpistole. Und ein Teddy. Und ein Teddy. Spitballgewehr. Cool. Spielzeugroboter. Spielzeugwaffe. Ich bin oben, ja. You gonna play again? You gonna play again? Was zum Teufel soll ich denn das? Na? Oh, oh. Du hast den Falschen. Ich hab echt die Schnauze voll. Los, her mit deiner Waffe. So geil. Bist du übergeschnappt? Ja, den hab ich mitgebracht, in der Elektro-Schalte. Ja, kenne ich. Was ist das Indekorieren hier? Hey, hör auf! Okay, wo muss die denn jetzt hin? Ach, wir müssen jetzt noch mal das Museum machen. Ja, jetzt bleibt bloß noch Museum. Aber die Tante verfolgt uns hier. Diese Xaeli. Kale, Kels, Kelsi. Die ist abgeschlossen, genau. Die Mission jetzt. Wir haben jetzt nur noch Diego. Ja, aber die Person hat noch nicht ledig auf zu. Ja, mit dem Diego können wir noch mal probieren. So, ich schieße dir voll an deine Pflaume, Alter. So. Willst du auch noch hinten einen reinbekommen? Dafür habe ich einen Elektro-Stocker. Aber ohne Vaseline. Meine lieben Freunde, hört bloß nicht auf. Die Leute trinken keinen Alkohol und rauchen keine Zigaretten. Beste Leben findet statt mit Zigaretten rauchen und Alkohol trinken. Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe aber zehn Jahre Gras geraucht. Das kann ich euch nicht empfehlen. Toll. So, dann gehen wir da mal hin. Oh Mann! Na, dann machen wir halt den Kumbi, wa? Weg von meinem Auto! Ah! Weg von meinem Auto! 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 Das ist eine gute Frage. So, kombiniere. Ich fang gleich an zu heulen. Das weiß ich nicht. Na klar, fahren wir noch mal zum Wögel. Das ist völlig unnötig. Und los geht's. Ich fang gleich an zu heulen. Ist jetzt so süß. Oh nein. Nee, ich hab falsche Taste gedreht. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich würde jetzt ja auch nicht ganz einfach hin kommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Mach Platz! Los, weg mit dir! Lass mich gehen! Lass mich gehen! So. Das hatten wir erledigt. Hast du abgeschlossen? Nö. Bist du über die Brücke? Oh Gott, dann brauch ich ein Auto. Ja. Ja. Ja.